Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar wir machen heute Fert-Up in deine Box Video. Ich habe jetzt auch mehrere Boxen dazugekommen. Also es sind auch andere Fertz-Up-Move. Sorry für die Menschen, ignoriert die. Das werden jetzt auch noch Boxen, die hier draußen habe ich mir entschieden. Hier sind jetzt noch zwei dazugekommen, die sind geblieben. So, da. Hier sind jetzt noch mehrere Boxen und hier auch. Ich weiß, das ist vorher zwar vom Dressurplatz, aber trotzdem habe ich die jetzt auch als Boxen genommen. Die meisten Pferde sind wie immer geblieben. Diese Pferde habe ich neu, die habe ich mir heute gekauft und hier sind auch neu dazugekommen. Wie gesagt, Lucy kann wieder mit auf den Hof und die sind neu dazugekommen. Ja, fangen wir jetzt mal am Hauptstall an. Also hier habe ich mir entschieden, dass hier kommt der Pruno rein. Und dort kommt Isabel und Sonja rein. Also die kommen hier rein, vorne in den Boxen. In den Stall kommen. Also ich überlege jetzt mal gerade, wer in den Stall kommen könnte. Also es wäre dann einmal die hier, die Shady. Die war nämlich auch, ja die können jetzt auch mal in den Hauptstall. Snowflake. Snowflake kann er jetzt mal rein. Und es ist jetzt gar nicht so einfach, wer da noch alles rein könnte. Ähm, Tinte. Und dann der Lucky. Ja, dann kommt die vier in den Hauptstall rein. Ja, also kommt Shady hier rein. Ähm, Snowflake hier hinten rein. Ähm, die Menschen liegen da jetzt einfach so. Tinte hier hin. Und ähm, Lucky hier hin. So der Hauptstall. Hier könnten rein. Ähm, da können die zwei rein. Von mir aus. Also er hier kann hier rein. Und er kann da rein. Bei den anderen Boxen können die zwei rein. Und einmal Angel und das vollen Silver. Genau. Also die zwei, die können hier rein. Und da rein. So. In diesen Boxen können, kann dann er mal rein. Ähm, und dann mal die Stella. Kann auch mal hier rein kommen. Von mir aus. Und er hier. Der ist der Älteste auf dem Hof. Also ähm, der kommt hier rein. In diese Boxen könnten dann einmal Rania, Stracciatella rein. Und vielleicht, ähm, und vielleicht noch die Lucy. Ja, nehmen wir die jetzt mal rüber. Ja. Ach so, und dann noch die Isländer Stute. Ja. Sorry, grad wegen dem Schlappen, aber naja, egal. So, dann kommt hier die Isländer Stute rein. Ähm, in dieser Box kann dann die Rania rein. In die andere kann Stracciatella rein. Und in die kann Lucy rein. Genau. Gucken wir jetzt erst mal, wer hier in die Boxen kommt. Da hab ich mir entschieden, dass die beiden hier rein kommen werden. Also in diese Box. Ähm, die anderen dann da rein. Also da kann jetzt der Tiger rein. Hier. So. Und die, also die Rest liegen. Da können dann einmal Cookie und Murrow rein. Cookie und Murrow. Und dann noch die anderen. Ja, Leute. Wie gesagt, es müssen welche vom Hof gehen. Also ich entscheide mich jetzt. Oh ne, doch nicht, Leute. Sorry. Die Boxen sind ja noch voll. Die hab ich total vergessen. Aber in diese Box wird jetzt, ähm, Olimpia kommen. Und dann können wir uns noch ein Pferd aussuchen. Das noch mit hier in den Stall kann. Ja. Die war ja schon in den Stall. Also kommt die jetzt wieder in ihre, in ihre alten Box rein. Sorry, hier ist grad was abgegangen. Egal. Und dann kommt hier Pegaso rein. Ähm, Ja. Ja. Und ich hab mich entschieden, dass die liebe Curly noch hier rein kommt. Ja, die Curly, die kann hier rein. Ja, Leute. Das war jetzt ein Pferd Und ab in deine Box. Ich kann euch jetzt nochmal vom Überblick zeigen. So. Jetzt stehen die anderen Pferde in den Boxen. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, auf meinem Kanal könnt ihr ruhig ein Abo da lassen. Tschüss. Und dann kommt das Video.